Tut mir leid, es ist spät geworden. Miss Garland. Oh, bitte. Ich bin Judy. Es tut mir leid, aber Ihre Suite ist freigegeben worden. Ihr wurde freigegeben. Ist sie in die Ferien gefahren? Ihr Konto war überzogen. Mama, bitte. Jetzt nicht schlafen. Nein, nein, nein. Das sind die anderen. Die Kinder brauchen ein Zuhause, Judy. Was Kinder brauchen, weiß ich. Ihre Mutter. Wir können ja nicht den größten Star der Welt ohne ein Drink hier stehen lassen. Frank Sinatra ist hier? Frank ist klasse, aber er ist keine Judy Garland. Ich habe kein Zuhause. Ich finde nicht mal einen Manager. In London würden sie dir eine Menge Geld bieten. Talk of the Town will unbedingt was mit dir machen. Du willst damit also sagen, ich muss meine Kinder zurücklassen, wenn ich genug verdienen will, um mit ihnen zusammen zu sein? Wie gern ich hierbleiben würde. Judy? Hat jemand Judy gesehen? Das Publikum wartet darauf, sie singen zu hören. Mein Mund trocken. Es wird einem Katastrophen. Hören Sie mir mal zu. Das ist Judy. Ich kann nicht. Sie werden das schaffen. Raus mit ihnen. Was? Zimmerservice. Ich habe nichts bestellt. Da ist ein Mann unter dem Trolley. Überraschung. Mickey. Die Kinder vermissen dich, aber sie wollen auch hierbleiben. Ich komme sie holen. Du hörst gar nicht zu. Ich habe jetzt jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Ich bin spät dran. Ernst? Musst du nach Hause, damit Mami dich ins Bett bringen kann? Stehen sie das auch durch? Und wenn ich das nicht wieder hinkriege? Mama? Mama, bist du dran? Sie müssen besser auf sich aufpassen. Verstanden? Jeder hat so seine Probleme. Und ich hatte meine. Ich will doch nur, was jeder will. Es scheint für mich nur schwerer zu sein, es zu bekommen. Nehmen Sie etwas gegen Depressionen? Vier Ehemänner. Hat nicht geholfen. Ihr werdet mich doch nicht vergessen. Das müsst ihr mir versprechen. Was? Alles seitdem. Bedenkt Started. Untertitelung des ZDF, 2020